Nice work, dude! Oh, Jessie! Oh! Baby! Und vier Freunde! Und Monica! Und Anni! Und... Ich mag dich! Du tust mich so, als wärst du mit jemandem befreundet und redest dann hinter seinem Rücken schlecht über ihn. Nicht so wie all die anderen Schampen, mit denen ich befreundet bin. Wenn ich so eine Probleme hätte. Fuck! Dann hätte ich wenigstens Probleme. Ja! Rest in peace! Warum immer? Gut, dass ich kein Männchen bin. Komm doch mal rüber, Herr Mann! Und setz dich zu mir hin, weil ich ein Männchen bin, weil ich ein Männchen bin, weil ich ein Männchen bin! Halt die Fresse! Okay! Wir müssen in die Klinik! Wo ist die Klinik? Ungewollt schwach... Wir sind... Wir sind schon da! Okay! Okay! Wir sind schon da! Oh shit! Guck in den Müller! Geht nicht! Mach den Müller kaputt! Bitch! Hiiii! 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 Oh yeah! Hey, don't be scared! The first one's always the scariest! Take room A, second door to your left! You're fucking killing me?! You're fucking killing me?! I'm sorry! Your little friend will have to wait! Nein! I'll be right here! Hat der ne kleine... Ja! So, jetzt guck doch mal hier hin! Ja? Guck genau hier! Geht ganz nah ran! Ist das... Das Geschlechts... Symbol einer Frau? Auf... Seinem Hut? Oder ist es ein Stierkopf? Ich weiß es nicht! Sagt es mir! Schreibt es drunter! Schreibt es! Shit! Oh fuck! Geh da rein! Wait! Okay! Benutzte Spritze! Schraubenzieher! Holy... Fuck! Records room! Access restricted to positions only! Verkleide ich das an! Nimm den... Nimm den Wischmob! Bah! HIV... Hi... Wir haben HIV Namen! H... H... What?! Das war jetzt nicht... Wir... Nicht drüber nachdenken... Wo das war! Triff bis zu 6 Ziele! H... 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 Ist es du...? Da... F**ing 개�vegl piedeckon! Oh meine Gott... Oh! Oh... traumatic... Das... Das kann man nicht durch... H relieve, blem... was heißt okay! Oh queh... Ja... POLLS! Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. Alright, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out of you. Oh. Here we go. MIM SHITAMBESAUGHA! Schliessmuske! Schliessmuske! What the? Wow, never seen that before. Dr. Böse, man. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Nimm da vorne die Kleidung. Hier. Über, nimm über meinen Kopf. Nimm dir die Kleidung. Handschuhe. Wir haben Handschuhe gefunden. Und Kleidung und Kittel. Oh mein Gott, siehst du schnau. Schirurgenhelm. Und? Nein, nimm dir... Oh mein Gott, nimm dir die Handschuhe. I'm so fucking cute. Und? Oh mein Gott. Wir sehen einfach so toll aus. Wir sehen so... Geh, geh da raus. Geh da raus. Beeil dich. Access granted. Thank you, Doktor. Wir sind drin. Durchsuche. Unterlagen von 2003. Sex bloßes Papier. Bio-Gefahr-Tattoo. 40. Oh, nice. Okay. Von 2000. September. Oh mein Gott. Oh. God damn it. Oh, it's you. Thank God. Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now, you know too much. Uh oh. We have two more asking a lot of questions. Uh oh. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Um... Ja, wir können mal sehen. Oder wir können... Before you, Kellis, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the USK. Tell us. What do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? USK is going crazy. Oh shit. There's an outbreak here. We have contamination in sector 7. All units to sector 7 now. Secure the entire building. Put that woman in restraints. What's going on? Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi-Zombie-Virus. Nazi-Zombie, that's ridiculous and bigoted. I happen to be German. He's one of them? Oho! Tell people what you saw here today. Ja, und du, weil ich... Nur weil ich deutsch bin? Fuck, wir müssen hier irgendwie raus. Neue Nachricht von Stan. Okay. Ah, zwei Haarbleichstiften. Benutzt jetzt Spritzer auf dem USP-Stick. Okay. Wir müssen hier irgendwie raus. Durch den Mäuse-Eingang. Durch den... Durch den... Du musst dich klein machen. Wie waren nochmal die Kombinationen für Wechseln? Motherfucker. Alien-Sonde. Wichtelstaub. That's it. Nazi-Ratten. There's something crawling under the floor, Zach. Begleiter befehligen. Nein. Ich hab schon... Kann doch nicht sein, weil ich schon wieder den Knopf vergessen habe. Du willst dich verarschen? Jetzt. Hallo, ich drück den... Ich drück doch den Knopf. Ich... Alien-Sonde. Wichtelstaub. Begleiter. Schießen. Atmen kann nicht. Das ist nur eure Schule. Okay. Okay. Ihr seid... Ihr seid verwundet. Bam. Das ist vergeben. Hunderttausende sind zusammenführend. Nehmen wir Ball. Bam. Und eure Schule. Ein Punkt. Resistent, resistent. Ihr seid... Ist mir scheißegal. Bam. In stolzer Freude. Nicht. Im Arsch. Falsch. Im Arsch. Die Ratten sind einfach zu stark. Die Ratten sind zu stark. Wir müssen uns... Konzentrier dich. Konzentrier dich. Fähigkeiten. Schalte erst nur eine aus. Shit. 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 Stolzer Ergebenheit. Angewidert. Ich bin angewidert. Hau den weg. Eins. Zwei. Ich muss... No. Ich... Fuck. Nimm... Gesundheitstrank. Kann nichts essen. Ich bin... Oh mein Gott. Nimm den wieder... Hassabellung. Stärke. Mana. Macht. Heiltrank. Okay. Ich bin nicht mehr gebufft. Das ist schon mal sehr gut. Resistent. Ich bin nicht mehr gebufft. Ich bin nicht mehr gebufft. Oh mein Gott. Ist sie ohnmächtig? Ich hab keine Ahnung. Von eure Schule. Mich. Jetzt. Nimm den großen Eintrank. Du hast nicht mehr... Fähigkeiten. Fähigkeiten. Oh. Oh. Fuck. Okay. Die erste Art ist weg. Halt. Bitch. That's it. Und dann wird endlich... Diese gewaltige Kolonne... Den jeden Stunde. Sie lebt. Where are they? Erkönnt. Und errungen der Ammoser. Was so... Es würde ein Träbes atmen kann Sondern wir schaffen uns unsere Stats Sie lebt vor allen Dingen Ohohoho Okay Sondern wir schaffen uns unsere Stats Watt?! Da Nicht der Stats Oh mein Gott Der ist auch schon wieder resistent Ich kann doch nicht alle resistent sein gegen mich In die Eier Da, 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 Bitch Direkt noch mal hinterher Direkt noch mal In die Nüsschen Ah Oh Der hat noch 275 Der macht nicht mehr lange Jetzt, haut auf Uuuuh Shit Alle down Alle down Nimm alles, nimm alles mit Do you hear anything in there? Ähm War das jetzt Klug? Furzen! Wie, wie kann ich nochmal furzen? Furzgranate Furzgranate Oh shit Oh shit Begleiter Begleiter Schießen Okay, okay Durch die Steckdosen What the fuck? Ähm Ähm Bisschen beilig Bisschen beilig Für Ich hab Oh Oh Mein Gott Wichtelstaub Da Hat keiner gesehen, oder? Oh Ähm Du Doch iiii Im He 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 Nooo I Think They might be Nazi-Zombies We'll see If you're real Aber Give her an Abortion! Do it! Aber! Klicke mit der linken Maustaste, wenn sich die Spritze über Wendy's Eier befindet. Jetzt! Oh mein Gott! Yeah! Drücke wiederhol schnell A und D, um Wendy's Anus zu er... Ich hab den Text nicht gemacht, also sorry. Kein sorry. Holy shit! Klicke mit der linken Maustaste, um anzufangen. Nein, nicht da, nicht da! Du musst weiter rüber! Ohhhh! Ich hab dir gesagt, das Ding ist nicht ein Doktor! Frag es! What?! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Vielen Dank.